Willkommen in Görlitz, der historischen Europastadt an der Lausitzer Neiße, mit über 4000 restaurierten Bau- und Kulturdenkmälern, ein Fest für alle Freunde historischer Bausubstanz. Einen hervorragenden Blick auf die evangelische Pfarrkirche St. Peter und Paul und das daneben liegende Weithaus hat man von der 2004 eröffneten Altstadtbrücke. Die Kirche St. Peter und Paul beherrscht mit ihren beiden 84 Meter hohen Türmen die Silhouette der Altstadt von Görlitz. Der Untermarkt ist der zentrale Platz der Görlitzer Altstadt. Das Rathaus und viele Verwaltungen haben seit jeher ihren Sitz hier. Das Rathaus und sieher röst hat man sich. Das Rathaus und sieher röst singen. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung des ZDF, 2020 Der Obermarkt gehört zu den größten Plätzen der Görlitzer Altstadt. Er wird durch Bürgerhäuser und die Dreifaltigkeitskirche geprägt. Der Obermarkt hat die Form eines Rechteckes. Es lohnt sich auch die benachbarten Straßen zu besuchen. Untertitelung des ZDF, 2020 Damit endet unser Stadtrundgang in Görlitz. Wenn es Ihnen gefallen hat, geben Sie mir bitte ein Gefällt mir oder abonnieren Sie meinen Kanal. Hier finden Sie viele weitere Stadtdokumentationen. Vielen Dank und bis bald!